ja herzlich willkommen zu einer neuen folge der seichten unterhaltung nein wir sind nicht bei gzs wir sind bei einer weiteren folge von part of the exil hat irgendwie nicht drin gespeichert wo ich das eigentlich beendet habe ich war wieder in der stadt gewesen und konnte nur mit dem weg point halt hier hin zum prüsen geht und da halt in das prüsen selber konnte ich nicht mehr so und ich würde jetzt aber sagen wir gehen jetzt hier noch ein wenig weiter schön 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 ich muss meine meine finger hier wieder auf die ehrmang oh da kommt schon einer dann kommen wir mal ab hier ich würde ja nicht sagen aber die waren schon ein bisschen bürger eben ein bisschen bürger und da ja ein wenig bilder ein wenig bilder ein wenig bilder die waren böse gewesen zwar ohne scheiß alter habe ich schon erwähnt dass es halt jetzt immer schwieriger wird und ich muss mir definitiv andere waffen suchen denn leck mich doch einmal am arsch alter ich freue mich nicht fuck die piazza wut alter kack mit wut diese scheiß wölfe alter ich bin das hau kieler das ist ja hier dieser lightning strike okay noch mal gucken was wird ihnen mal ein bisschen besser im alt auf k Okay. Oh, hier ist es especial, der war. so, ich muss mal ganz gucken ich hab doch da irgendwie so eine eine Quicksilverflask das war ja wieder das war ja wieder hier ne, sagen wir mal schnell um schneller laufen zu können war das so das waren ja hier komische Fallen die ich brauchte vergesse ich jedes Mal ja auch wenn ich da nicht immer zu lange drunter fliege ja 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 cool, war mal ganz kurz zack aus D kann ich nicht detonieren lassen auch nicht schlecht ja 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 also ich hab jetzt hier auf jeden Fall mal irgendwie so ein ganz kleines Problem so ein ganz kleines Problem äh ja 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 dann ja 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 Ja, dieses kleine Gneitding bringt uns natürlich jetzt hier irgendwie gar nicht weiter Wenn ich das irgendwie meine Trashing bekomme Ja, das wäre dann auch irgendwie so eine Zweihand-Nier-Waffe, aber ich bin ja ein Duelist, also mehr so auf Zweihand-Waffen, Zwei-Ein-Hand-Waffen spezialisiert Und Double Strike habe ich ja schon Ach, ist das so ein Kotzen Aber nur kurz Double Strike habe ich ja schon Glaubenslärm Aber dieser Glaubenslärm passt bestimmt wieder nur zu dem hier har ich den 1.5.3 2.5.3 1.5.3 2.5.3 1.5.3 2.5.3 Aber ich muss es einfach sagen, es wird hier immer ein wenig schwerer. Aber es ist auch gut so, wenn das einfach zu leicht wäre, dann würden ja zu viele zu schnell durchkommen. Dann wäre das auch wieder ein wenig tragisch. Das ist ein altes Mal. So, ähm. Und zwar wieder so'n Gelbener, der wieder, äh, bisschen was Feindelassen hat, aber... Oh, wieder nicht irgendwas wirklich Interessantes, auch nicht wirklich. So, glaub ich immer auch nichts mehr. Das müsste ja jetzt, glaub ich auch, wenn wir jetzt gleich in, äh, Chapter 2 kommen, äh, die Neustadt eigentlich auch kommen. Hm? Was? Find another way to forest. Finde einen anderen Weg durch den Wald. Okay. Oh, was hat sie denn jetzt wieder für ein Problem? So, mal gucken, was wir denn hierfür mitnehmen, wie bei der kommt. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Arnden Schöne Lied in den Neunzehern Arnden und schießt mich doch nicht in den Krieg ich habe mir aufgefallen, dass er wird ja gar nix in diesen Scheißgruben sind in diesen Typen schon meistens gar nix oder halt auch nur Schrott okay, jetzt waren wir uns was ansehendiges drinnen gewesen sonst ist da noch irgendetwas richtig gut was hier los die was hier drinnen und die der die 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 ... ... ... zack ja unser Double Strike dürfte dann jetzt auch gleich die nächste Level aufsteigen und das ist... die und die und diese bösen Attacken oder gar Nein! ARGH! Fuck you! Wollen wir was mit? Ne, ne, wie gesagt. Ach, Menno, alter Mann. Das lief schon mal besser hier für uns, ne? Würde ich mal so einfach... Ja, ganz gut. Machen wir mal... ...das hier schon... ...das hier schon alles vor unserer Nase liegt. Er ist ja dumm und fatal, wenn wir es nicht mal kurz verkaufen würden. Ne, ne, ne... ...das hier schon mal schlecht... ...das hier ist alles so. Ne... Ne... ...eine... ...oder was sagt ihr? mal gucken, dass wir nicht hier tausend von den gleichen Dingen irgendwie haben das wäre nämlich, äh, M-Pharma-Tal, Rain of Arrows, äh, das ist doch auch schon wieder so ein, so ein, so ein Regen, Regen der Links, äh, das ist doch auch schon wieder eingebunden, schieß mich tot, äh, Bogen-Ding, na klar, da, würde ich eigentlich nochmal reinmachen nur sind wir kein Regen, äh, kein Flitzebogen-Typ so, dann wollen wir nochmal gucken, ob wir den letzten Typen da nochmal, äh, niedergebratzelt und das erstmal alles mit weil, wie sagt der Mutti schon nimm mit, was anderen gehört, ne, sorry, mit keine Ahnung, wer das gesagt hat, vielleicht war es auch ich so ich merke es selber, ich sage immer deshalb so weil mir dann in dem Moment einfach nichts anderes einfällt außer so zu sagen zu denken ein kleiner Hulmbock irgendwie muss ich dich kaputt kriegen hier ist jetzt einfach mal alles mit das war ja absolut klar da ist jetzt noch ein kleiner Hulmbock da ist jetzt noch ein kleiner Hulmbock ja hat jeder ich sollte mal da so ein bisschen rausgehen und ja wir können ja mal hier so eine kleine so eine kleine Portal-Strawl machen wir haben ja ein wenig davon juhu ich bin ich hab wieder was zu verkaufen also das ist ja auch noch irgendwie blöd dass die nicht automatisch so mal äh level 8 genau perfekto maso so wird schon brauchen wir ja gleich hat das irgendwie eigentlich noch einen jetzt keine Sorge ah ne wir müssen ja nicht hier oder wir müssen ja wieder durch unser Portal mal ich hatte sonst glaub ich ein wenig zu gutes mehr genug ich werde jetzt eigentlich auch gleich den Wald betrügen können inzwischen den Boss äh ich weiß nicht ob ihr das jetzt mitbekommen habt aber wir sind eine Stufe aufgestanden und ich muss mich wieder drum kümmern hier was ich bekomme und ich bekomme zwar immer mehr Stärke aber ich wollte eigentlich auch Dual Wipe Achill Damage Achill Damage Intelligenz ja Intelligenz ist ja eigentlich auch so ne Ding ne das bräuchten wir ja eben nur da eigentlich auch weil sonst kriegen wir ja nicht mehr mehr Dings aber wir sind halt mehr so ein Damage Dealer und brauchen halt unsere Stärke und von daher so ähm du kannst nicht aufleveln ähm der Schwimmel wie sind wir keine Ahnung was das passiert ist ich kann immer nur die Hälfte von den Leuten Oh Gott, wie ist es? Ich kann mich nicht mehr auf den Punkt sehen. Ich kann mich nicht mehr sehen, weil ich... Weil ich so wenig und elegant habe, weil ich so dumm bin. Ich kann dich nicht mehr sehen. Habe ich schon gesagt oder erwähnt, dass ich diese kleinen, die ich hasse. So. Ich würde auch einfach mal ein bisschen besser drauf aufpassen und besser aufpassen, dass ich da nicht jedes Mal in diesem verkackten Feuerkreis drinnen bleibe. Wo ist der Weg? Wo ist der Weg? Wo ist der Weg? Oh. 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 Das war also so ein etwas höherer Gegner. Oh. 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 Das können wir auch noch rausfinden. Wo? Oh. Ah. Hallo. Gold. Einen was soll ich denn bitte schön mit einem Long Bob all den in zwei ein paar Einten kein Long Bob Du bist zu faaallllst! Ich gehe wieder hin, jetzt bin ich hier auch hin zu rennen. Dann halt nicht So, ähm, mit O Also, ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass unsere Rüstung, äh, also, ähm, Degen und, 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 kleines Messerchen nicht prickelnd hier für unseren Jungen ist das heißt nicht drückend, aber halt nicht die optimale hier, with one ravert there we will back there we will back into my back oh ich habe Angst ich bin hier ship Gordon ich weiß ja nicht, Lode Lode der Friedfertigen hallo hallo, hallo ist hier wer ich hier wenigstens wer, wer mich nicht umbringt war natürlich wieder klar hätte mich jetzt auch hier wundern, wenn mich hier nicht nicht jeder mich hier nicht jeder irgendwie umgebläck nicht doch am Arsch Alter ich will ja nicht sagen, ne, aber mein Spirit ist irgendwie voll im Arsch und ja, da ist irgendwas Grünes, was ich auch sehe dass da was Grünes ist dass da was Grünes ist ja, 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 ja auch geschissen ja, ähm und von fortan würde ich einfach mal sagen jetzt war's das ey, wir sind hier schon wieder bei einer halben Stunde und ich wollte doch eigentlich ein, ach, ach es ist auch ein endloses Spiel es ist auch ein endloses Spiel ja, aber wir bleiben jetzt mal ganz ernst und, ähm auch ich bleibe jetzt ganz ernst wenn ihr dieses Spiel gut findet es ist nämlich Hack'n'Slay und wenn ihr Diablo mögt dann seid ihr hier definitiv richtig bei diesem Free-to-Play-Spiel was noch in der Beta-Phase ist und ich muss dann oh, ich muss mich jetzt mal strecken ja, ähm also wenn ihr auf Hack'n'Slay steht und Diablo auch mochtet dann seid ihr definitiv oh, sprach oder schon am frühen Morgen definitiv richtig und, ähm mir macht es haufen Spaß nur dadurch, dass ich mit meinem englischen Latein ein wenig eingerostet bin bin ich ein wenig unbeholfen aber dafür gibt es ja euch schreibt mir in die Kommentare wie ich zum Beispiel äh den Baum des Duellisten vielleicht besser machen kann welchen Weg ich gehen kann ähm was für Waffen ich zum Beispiel mir besser ausrüst denn ich bin mir ganz sicher dass dieses kleine Messerchen nicht zum Duellisten passt das ist glaube ich eher sowas für den, ähm hartgesottenen ich will jetzt eigentlich auch jetzt so ah, hier ist hier auch ein Teleporter den sind gerade äh, wollen wir den noch schnell suchen und gucken wir mal, ob wir den vielleicht noch eben schnell finden ja ich sag, lass uns nur kurz den Teleporter suchen und so ein Zwischen-Mob ist hier denn oh, oh, der hat was schönes bedeutet guck mal neun bis siebsten dann holen wir uns mal diesen, diesen Dive hier raus und schneiden den mal da rein wie gesagt vier bis sechzehn macht er und er macht neun bis siebzehn und äh, ist bestimmt definitiv besser ja, oder? oh, das hat man geschlossen mach mal so was? ah, für den habe ich wieder zu wenig Ausweichungsdienst oh, leck mich doch fett alter da habe ich nur 55 und wie viel brauche ich? oh, kurz ich brauchte doch aber Decks nur 47 ah, wenn ich den jetzt immer rausnehme dann habe ich nicht mehr so viele Decks jetzt gucken wir nochmal genau und wie viel brauche ich jetzt für den? 47, oh, na toll also gut, dann müssen wir den auf jeden Fall mitnehmen und ähm ich wollte hier auch nur dieses scheiß Portal suchen ich mach mich doch mal fett ich suche nur das Portal ich suche nur das Portal ich suche nur das Portal ihr sechst oh, yeah ich suche nur das Portal ich suche nur das Portal oh, entweder der Ghost ach, Leute ach, jetzt wo bin ich denn von Ihnen will nein ach, leck mich doch an Popo-Katte-Pretel scheiße, Mann wo ist dieses soige Portal ja geht mir hier doch nicht alle auf den Sack alter, Mann wo ist das fucking Portal, Junge da ist Ship Guardian nein, hier muss es noch ein ein Wegpunkt geben wo ist der der Tag ich mein das fucking alter wo ist das scheiß Portal hier, Alter Also, so wie ich das hier gesehen habe, soll es hier ein Portal zur Stadt gehen. Juhu, Portal. Portal nach Hause. Mann, nun greift mich doch nicht einmal alle an, ihr bösen Arschlöcher. Aber, der Grüne ist ja nur unser Nappel. Ich bin doch nicht bescheuert, Alter. Es ist doch hier... Also, ich habe es doch hier gesehen. Hier soll es doch. Also, falls ich damit richtig liege, wenn so ein kleines blaues Teil da ist, neben dem D da, dann soll es doch hier eigentlich auch ein kleines geben. Oder sehe ich das jetzt verkehrt? Sehe ich das jetzt einfach nur verkehrt? Denke ich in diesem Falle einfach nur verkehrt? Ich weiß es nicht. Äh, ihr könnt mich gerne mal eines... ...eines besseren belehren. Da! Ich habe es doch gewusst, Alter. Leck mich doch am provokate Petel, Alter. Meine Fresse, jetzt wird da dir schon wieder eine Dreiviertelstunde, Volker, Junge. Junge Mann. Ich bin jetzt hier nur... Oh, Nessa. Ja. Der Schiff gerade. Ja. Naja, da, auf dem Schiff ist ganz viel Blödes. Wollen wir lieber nicht hin? Ich wollte mehr behalten. Ups. Guck mal. Wir haben hier noch einen blauen Stein? Nein, natürlich. Natürlich NICHT! Ja. 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 Ich habe keinen blauen Stein. Also, ja, den blauen Stein haben wir aber. Der blauen Stein ist einfach so ein Ars. So ein Ars mit Jusik. Weil... Ne? Und ich bin halt in Intelligenz. Und das Ding ist ja wirklich doof. So. Und damit sage ich jetzt... Schau. Und, ähm... Ja. Äh, schreibt mir mal bitte einer drauf, Wieso ich das Ding jetzt nicht weiterleveln kann. Das bin ich ja nicht am nächsten. Scheiße, ich muss mich schon wieder. So, so, ja. Ähm, also, äh, wie gesagt. Ähm, schreibt mir mal in die Kommentare, wieso ich da jetzt nicht weiterleveln kann. Ähm, das ist jetzt irgendwie freeze mine. Äh, gefrorene Miene. Mir fehlt hier auch gleich einer ab. So. Ich bin raus. Bleib trocken. Und, äh... Wir sehen uns in der nächsten Folge. Die, ähm... Die Part of X years. Bis dahin. Euer Herr. Bis dahin. Ciao, ciao.